Liebe Bürgerinnen und Bürger, bei uns im Landkreis Neuwied stagniert die Corona-Fallzahl seit einigen Tagen. Dies zeigt, dass die getroffenen Maßnahmen greifen und auch eine Wirkung zeigen. Wie schnell die Infektionszahlen allerdings nach oben steigen können, zeigen die neuesten Fälle in Deutschland. Ob bei einer privaten Feier oder einer größeren Zusammenkunft, die Infektion kann sich rasend verbreiten. Daher meine eindringliche Bitte an Sie alle, nehmen Sie die Situation weiterhin ernst. Wir bieten aktuell Helferschulungen für die Pflegeunterstützung an. Nutzen Sie diese tolle Möglichkeit, um von Fachkräften wertvolle Informationen und praktische Hilfestellungen zu bekommen. Das ist sicherlich auch außerhalb von Corona nützlich. Wir haben ein umfassendes Pandemie-Konzept aufgebaut und sind vorbereitet. Aber es gilt, nicht nur Vorbereitungen zu treffen, auch sie sind weiterhin aktiv gefordert. Halten Sie sich an die Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen. Ich hoffe auf Ihre verantwortliche Unterstützung und wünsche Ihnen alles Gute und bleiben Sie weiterhin gesund.